Wolf, schau mal, wir haben die Dark Souls Trilogy bekommen. Die gibt es jetzt ganz neu und ich habe noch nie in meinem Leben Dark Souls gespielt. So Kameraden, herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Wolf und das ist Meru, das Lamm, was jetzt zur Schlachtbank geführt wird. Denn ja, es ist wirklich unfassbar, aber wahr, du hast noch nie so richtig Dark Souls gespielt. Kann das sein? Das stimmt. Es liegt mit zwei, drei Titeln, über die ich jetzt nicht reden möchte, ganz oben auf meinem Pile of Shame, von Titeln, die ich immer noch mal spielen muss. Aber ich habe schon mal relativ viel Bloodborne gespielt, das ist ja auch, sogar von From Software, also von gleichem Entwicklern. Und ich habe auch ein bisschen, wie heißt nochmal, The Surge gespielt, aus Deutschland, dieses Souls-like. Habe ich ein bisschen gespielt, aber auch nicht so richtig viel, einfach weil immer irgendwas anderes dazwischen kam. Ja, ja, ja. Du hast einfach Angst gehabt, aber die Zeit der Ausreden und Ausflüchte ist vorbei, denn die Dark Souls Trilogy ist erschienen. Die gibt es auch wirklich hier nur physisch. Wir wollten uns die mal ganz easy aus dem Playstation Store runterladen. Die gibt es nicht digital, man muss sich wirklich so in der Edition im Laden kaufen. Was ist drin? Ihr könnt es euch denken, der Name Trilogy deutet das schon dezent an. Alle drei Teile in der Remastered-Version, plus alle DLC-Inhalte sind drin und ihr könnt euch auch noch die digitalen Soundtracks zu allen drei Spielen runterladen. Und ihr seht es vielleicht, ich weiß nicht, möglicherweise gibt die Deko einen kleinen Hinweis, aber ich bin mittlerweile auch krasser Dark Souls-Fan. Ich probiere nicht so zu sein wie die meisten Dark Souls-Fans, die sind nämlich unerträglich. Weil die allen Leuten die ganze Zeit auf den Nerv gehen, ey Dark Souls, Dark Souls, scheiße, nicht Dark Souls gespielt. So ist Wolf nicht. Naja, also innerlich schon, innerlich schon. Ich will es aber nicht so raushängen lassen. Nee, genau. Deswegen habe ich mal so ein bisschen ein paar von meinen Dark Souls-Devotionalen mitgebracht und ich möchte, Meru, dass du endlich in den Kreis der Erleuchteten kommst und nachvollziehen kannst, warum wir alle nicht mehr zurechnungsfähig sind, wenn es um Dark Souls geht. Deswegen habe ich mir überlegt, wir spielen chronologisch einfach mal in jeden Teil rein. Ja. Das heißt, wir, du. Ich. Äh, Dark Souls 1, 2, 3. Ich habe auch drei Speicherstände vorbereitet, die sind alle relativ am Anfang, denn irgendwie macht ja keinen Sinn, dich vor den vorletzten Boss zu setzen. Also, ne? Gib doch schon mal. Genau. Deswegen, lass uns einfach anfangen. Das sind jetzt hier quasi deine ersten Schritte in Dark Souls. Genau. Ich gucke mir das einfach mal so ein bisschen an. Vielleicht kannst du in zwei Sätzen beschreiben, was Dark Souls ausmacht. In zwei Sätzen. Dark Souls, für die zweieinhalb Leute auf der gesamten Welt, die es überhaupt gar nicht wissen, ist eine japanische Rollenspielreihe. Es gibt mittlerweile drei Teile davon und was diese Spiele so besonders macht, ist der Schwierigkeitsgrad. Das sind sehr, sehr harte, sehr, sehr knackige Spiele. Und der Schwierigkeitsgrad wiederum resultiert daraus, dass du hier, anders als bei anderen Spielen, nur sehr wenig Handreichung bekommst. Es gibt keine Map, es gibt keinen NPC, der dir sagt, ganz konkret, geh jetzt als nächstes da und dahin. Dark Souls lässt dir fast alle frei halten. Ich seh das schon. Das kann sehr positiv sein, so wie hier gerade. Das kann aber auch sehr negativ sein, so wie hier gerade. Und ich weiß ganz genau, es gibt jetzt ganz, ganz viele Dark Souls-Überexperten, die wollen jetzt sofort einen ganz bösen Kommentar bei uns reinbacken. Auf dem Motto, ey, das ist doch alles gefakt. Ich weiß, dass da eigentlich ein Item gibt. Oh, was? Ja, und? Ah, stopp, 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 stopp. Oh, okay, und weg da, weg da, der wirft doch nicht erst da dran, Maude, Mann. Wer? Ach so, der Typ da oben? Ja. Oh, no. Also, genau, ich wollte gerade erklären, also... Wie dumm sie sind, guck. Ich habe... Idiot. Ich habe den Spiel schon ja vorbereitet und in diesem Zuge habe ich auch hier schon mal ein, zwei Items mitgenommen. Ähm, aber, also wie gesagt, das war meine Vorbereitung, deswegen fehlen die Items hier. Aber für dich ist tatsächlich hier so das immer noch erste Mal. Okay. Okay. Oh, ach so, das ist nur der Geist von dem Menschen da. Ja. Okay, hau ihn weg, hau ihn weg. Ja. 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 Guck mal, ich kann das. Nee, schlecht, nee, schlecht. Da, durch, da, durch. Guck mal, jetzt kann ich auch was sehen hier. Und, also, noch schöner wäre es natürlich, wenn ich dir jetzt überhaupt keine Tipps geben würde, ne? Das ist ja auch der große Weiß von Dark Souls. Ich würde gerne jetzt mal zum Endgegner, geht das schnell? Okay, wollen wir mal ein Speedrun einlegen? Speedrun, auf jeden Fall. Okay, von Fahrrad. Okay, dann sage ich dir, wo lang? Ja. Okay, du sagst mir jetzt einfach die Richtung und ich dashe da durch. An den Typen vorbei, dann links halten und dann gleich wieder rechts, wo die Treppenstufen, die fünf nach oben führen. Da war vorher so ein Nebeltor, hab ich auch schon aufgemacht. So, deswegen renn einfach an den vorbei. Wir machen das wie bei so Rally, da ist immer der Beifahrer, der sagt dann immer, Kurve 90 Grad rechts und so. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Ah, guck mal, hier, da ist, wenn ich zu... Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Ja, die Treppen hoch, da war auch ein Item, egal, egal, wir ignorieren die Item. Und jetzt rechts, links? Da hoch, 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 hoch. Du musst schneller ansagen. Achso, okay, geradeaus, geradeaus, geradeaus. So, da ist ein Bonfire. Bonfire, hast rein. Soll ich das anmachen, oder was? Ja, bitte, an Leuchtfeuer Rassen. So, jetzt wird deine Lebensentil hier aufgefüllt und du hast auch gleich wieder, äh, alles, was du brauchst. Okay, und jetzt? Am Gegner vorbei. Oh, oh, oh. Das war nicht schlecht. Genau, genau. Wo lang, wo lang, wo lang? Und dann rechts die Treppen hoch. Und dann? Nee, nicht die, nicht die. Mann! Nicht die. Nicht die. Und jetzt rechts, 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 rechts. Genau, genau, die Treppen hoch. Sehr gut. Ey, nicht schlecht, Nero. Nicht schlecht. Und jetzt, und jetzt? Du sollst mir dich loben, sollst mir sagen, wo ich lang soll. Oh, pass auf, pass auf. Wo lang? Ja, weiter, weiter, renn einfach hoch, renn einfach hoch. Da durch? Und durch Nebeltor, ja. Musst du nur gucken, dass die Skelette dich nicht verfolgen. Und jetzt? Ah, schön, sehr gut, sehr gut. Und jetzt? Naja, es gibt ja nur einen Weg, ne? Achso. Beziehungsweise, warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Dreh nochmal die Kamera. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Guck mal da. Da oben muss ich hin, oder was? Das sag ich nicht. Ich sage nur, es ist gut zu wissen, dass die Leiter da ist. Mehr möchte ich nicht sagen. Okay, und weiter geht's, weiter geht's. Wir sind ja fröhlich unterwegs. Das ist ja noch so ein Vorhang. Oh, wer ist er denn? Yay! Warum, sie schießt mich jemand mal hin? Ich hatte jemand von hinten geschossen. Was ist denn da los? Oh Gott, die sind da oben drauf. Was? Ja, also, hallo. Nee. So, vergiss nicht, du. Ja, 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 heilen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich hab nur einen Pfeil im Kopf. Wie kann ich den denn, kann man, kann ich den überhaupt besuchen? Ja, natürlich, ich muss den besuchen, so kommst du da nicht. Killt er mich mit einem Hit? Hm, ja, nicht unbedingt. Es hängt davon ab, welche Attacke macht. Warum ist das so hässlich? Ja, du, fuck das, die, diese Eier. Nein, ich hab keinen Ausdauer mehr. Okay, zurück, zurück. Ja, ich muss ja erst mal aufstehen. Und heil dich, heil dich, heil dich. Nein, zurück! Ja, das ist, weil ich gelockt bin. Tot. Ich war noch auf den Feind gelockt, deswegen konnte ich mich nicht umdrehen und weglaufen. Ja, das hat man manchmal, tatsächlich. Okay, wie lang gibst du dir noch? Ich will jetzt den zweiten Teil sind. Ich hab keinen Bock mehr, das ist doch scheiße. Ich geh mal da lang. Okay, im Prinzip. Kann man ja nicht wissen. Wenn es nicht. Ich wollte gerade sagen, im Prinzip genau der richtige Weg eigentlich, nur leider wäre dann ein Leiter gewesen. Egal, egal. Erkenntnis, es gibt Leitern. Ja. Möchtest du denn gewisse Tipps und Handreichungen von mir bekommen? Es ist ja das gleiche wie das erste Spiel, es ist ja ganz einfach. Mero, alter Fehler, ey, du legst dich gerade mit dem gesamten Universum an. Hast du gesehen? Jesus, alter. Guck mal. Er sieht ja geil aus, wie ein Hero Turtle. Bisschen. Er ist doch so. War gar nicht aus Witz gemeint. Einfach ganz ernst gemeint. Alter. Wow. Wie er mich wegkatapultiert. Warte, warte, warte. Ich muss mal kurz so machen. Pass auf, pass auf. Ich kann laufen beim Halten, ist ja geil. Ich hab ihn gleich. Pah! Yes! Okay, 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 cool, cool, cool. Weiter, weiter, weiter. Warum droppt er ja keinen epischen Loot? Ich verstehe das nicht. Ja, ist ein bisschen... Komische Spiel. Lauf doch mal die Leiter da hoch. Oh, der hat bestimmt... Oh, das ist noch einer. Wo kommt er denn her? Nee, das sind noch zwei. Oh Gott, wo kommt die alle her? Ich will hier weg. Das ist noch einer. Was machen die denn hier? Ist doch voll langweilig. Nein, 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 nein. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich geh wieder runter, das war cool auch. Ja, aber dann schnell, 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 rennen. Du musst rennen. Und das ist richtig geil. Ich bleib unten. Nein, was machst du denn? Was machst du denn? Ich bin aufs Versuch wieder hoch, weil der Winkel hat sich geändert. Ey, es gibt zwei Richtungen. Hoch und runter. Wie kann man die Falsche wählen? Okay, noch ein Versuch? Noch ein Versuch. Das ist ein geiles Game. Das ist ein super Game. Ich glaube, Dark Souls 2 ist bestimmt auch der beste Teil von allen, richtig? Okay, das habe ich schon gehört, dass das nicht so ist. Das gebe ich zu. Hier, komm. Tollen, Mann. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich guck mich hin. Guck mal, das Ding ist, er hat selbst auch Schaden genommen. Ja, ich guck trotzdem nicht hin. Ich hab ihn. Easy. Easy going. So, okay, jetzt nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Du weißt, es gibt keine Falsche. Ja, 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 gibt keine Falsche. Noch eine, okay. Warum gehst du denn nicht wieder runter? Wie ist, wie ist der Auftrug? Mach ich jetzt. Rennen auch. Wir sprechen uns in 30 Sekunden nochmal, wenn du tot bist. Läuft doch. Oh. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Wir sollten Teil 3 angucken. So, okay, Dark Souls 3. Ich persönlich fand den Teil der echt richtig gut. Mir hat dann wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kann man sich auch drüber streiten. Aber war für mich der perfekte Abschluss dieser Trilogie. Pass auf, meine Aufgabe ist, das stelle ich mir jetzt als Ziel. Vorher werde ich nicht ruhen hier. Ich lotse dich jetzt zum Boss. Und das ist gut. Pass auf, wir rushen jetzt einfach durch. Und das ist gut. Und das ist gut. Okay, 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 okay. Das sieht aus, als wenn jetzt hier gleich ein Boss kommt. You think? Aha. Siehste, ich habe es bis zum Boss geschafft. Ist eigentlich ein total einfaches Spiel. Ah ja. So, viel Spaß mit Bord. Bord vom Nordwindtal. Okay, pass auf. Das ist bestimmt einfach. Das ist super Sinn. So ein Angriffspattern. Ich muss mir erst mal angucken, wie er mich jetzt angreift. Komm, du wirst lachen. Der ist eigentlich wirklich super Sinn. Der macht ja gar nichts. Achso doch. Der haut. Also ich will nicht sagen, dass ich den beim ersten Mal gelegt habe. Aber ich sehe mich nicht. Ah ja, da bin ich. Was ist das für eine lila Anzeige da? Das ist dein Frostschaden. Mein was? Frostschaden. Äh. Ich habe das mit dem Laufen noch nicht so richtig raus. Merkt man. Achso, ich bin tot. Du bist schon tot. Okay, aber diesmal schaffe ich es. Ja, also vielleicht wäre es wirklich smarter, jetzt beim nächsten Versuch, dich erst um diese Popelgegner am Anfang dazu kümmern und dann über das Dach zu rennen. Also weil, wenn man nicht schnell genug ist, dann so wie du gerade, du wirst halt immer wieder gerusht. Das heißt, wenn man nicht schnell genug ist, so wie du. Und durch das E-Nut. Okay. Mehr Ruhe, mehr Ruhe, mehr Ruhe. So, pass auf. Komm her, du Sau. Aber vielleicht, also ich würde mich jetzt heilen. Ich sage es. Genau. Okay, okay. Oh, diese Musik, ey. Es ist immer so doof, dass man sich selbst gar nicht sieht. Ah, ich dachte, er springt mit der anderen Hand. Alter, nee, alles gut, alles gut. Ich treffe ihn überhaupt nicht. Nee, du musst näher ran. Heil dich, heil dich, heil dich. Schnell, 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 schnell. Ich hau und treffe nicht. Nee, du, ey, das läuft nicht. Nur an den Füßen kann ich ihn treffen. Nee, nee, du kannst dich schon überall treffen. Also so. Ich muss mich konzentrieren. Okay, okay. Was ist jetzt, Phase 2? Oh Gott. Jetzt wird er auch noch schnell. Ich sehe nichts. Heil, heil, heil. Ja, 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 ich heil doch. Ich heil doch. Erfrierung? Ja. Schade. Schade. Aber guck mal, ohne Schade, also, ja. Ah, ich weiß, dass ich, weißt du, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hatten, dann würde ich den sofort legen, aber. Sofort. Na, aber ich meine, du bist bei dem zweiten Versuch schon zu seiner zweiten Phase gekommen. Ist nicht ganz schlecht. Muss ich mal sagen. Also, ich glaube, ich glaube, ohne Mist, also. Ah, shit. Die Dark Souls Trilogy, ähm, äh, muss ich mir tatsächlich vornehmen. Ich meine, mein Pile of Shame hat auch noch ein paar andere Titel. Ich sag nicht gerne, welche. Das sind zum Beispiel GTA V, hab ich auch immer noch nicht durchgespült. Okay. Aber, also, wenn ihr das für mich gemacht habt, so wie ich. Nein, ich bin wieder. Dann nehmt euch das mal vor, weil, ich glaube, es lohnt sich. Das ist auch sehr viel. Ich meine, wie viele Stunden sind das mit den ganzen DLCs? Das kannst du wahrscheinlich 20 Jahre mitverwenden, wenn du Bock hast. Bestimmt. Leute, die aber das schon durchgespielt haben, die sich mit Dark Souls ein bisschen auskennen, die haben ja demnächst auch was zu feiern, oder? Sekiro, genau. Kommt auch von From Software. Den gleichen Entwicklern wie Dark Souls. Den gleichen Entwicklern, genau. Funktioniert auch nicht ganz unähnlich. Aber da warten wir erstmal noch alle ab. Ja. Das Ding ist auf jeden Fall jetzt schon erhältlich, die Dark Souls Trilogy. Und, also, ich merke, ich hab tatsächlich alle drei Dark Souls Teile schon gespielt. Ich kenn die relativ gut. Aber auch ich krieg direkt wieder Bock nochmal. Alle durchzubaggern. Das ist wirklich schlimm. Dark Souls hat halt irgendwie so eine Sunkwirkung. Und ich merke gerade, es funktioniert schon wieder. Ich werde mir wahrscheinlich deine drei Lösungsbücher einfach mal mitnehmen und erstmal durchlesen und danach weiterspielen. Aber es hat mich sehr gefreut. Danke für deine erhellenden Einweisungen mit fehlerhaften Wegbeschreibungen zu der Dark Souls Trilogy. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es mir ist. Links ist hier, rechts ist da. Merkst du selbst. Okay. Frecher. Fangen wir nochmal an. Ich werde das irgendwie noch schaffen. Pass auf. Das stimmt. Welche Zeit adolescente gibt es eine Breche. Das ist ein Action.